verehrte liebe frau lange ein bisserl glück gehört zu allem petrus meint es mit uns wirklich gut ich sende ihnen heute herzlichste grüße aus der messe metropole und glaube dass ihnen diese aufnahme der neuen leipziger oper sicher gefallen wird gestern nachmittag waren wir im haus auensee am gleichnamigen see in waren eine gaststätte wunderschön angelegt solch einen tollen betrieb wie dort herrschte können sie sich kaum vorstellen wenn ein gast sich vom stuhl erhob standen sofort drei vier personen da die fragten ob er frei ist dazu ein schönes konzert heute nachmittag ist ein großer stadt und schaufensterbummel vorgesehen bis zum wiedersehen grüßen sie herzlichst ihr erich fanghäusl und frau die mrs lange a little luck belongs to everything peter is really looking out for us today i send you the warmest greetings from the fair metropolis and i believe you will enjoy this picture of the new leipziger opera house yesterday in the afternoon we were in the house auensee on the lake of the same name in waren a restaurant beautifully laid out you can hardly imagine such a great bustle as was going on there when a guest got up from his chair there were immediately three or four people standing there asking if it was free in addition a nice concert this afternoon a big city and window shopping tour is planned until the reunion your erich fanghäusl and wife send you warmest greetings so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017